ansprechen, ich habe zwar zwei coole Typen halt bei einem Livestream gefunden ich bin halt so ein bisschen durchgeswitcht und wollte einen neuen Aufnehmerpartner finden und da habe ich einmal den Dave und den Kai gefunden ich finde die vollkommen korrekt, sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt, es würde mich freuen wenn ihr irgendwie dort auch nochmal abonniert oder mal wenigstens vorbeischaut wir machen voll die coolen Videos, unterhaltsam alles drum und krank, haben einen coolen Schnittstil, würde mich freuen wenn ihr mal vorbeischauen könntet und tschüss